das haben wir noch nicht gemacht phantom limb und irgendwas waren noch hier das hier der rote räuber geil das hier oben da brauchen wir 60 ok dann machen wir erstmal die hier ganz klar taul 46 können war das ist die frage aber ärger über taul phantom limb ich würde ja fast sagen wir uns ja noch vier stück fehlen weil da können wir den planeten auf immer abschließen zumindest die dinge machen wir erstmal den roten räuber und wir können denn wenn wir noch vier steine haben den ersten zwei level von dem planeten spielen ist doch besser der rote räuber um eines ihrer wichtigsten mitglieder aus den fängen der ersten ordnung zu retten braucht der widerstand ein ganz bestimmtes schiff sie wenden sich an eine gruppe von geschäft tüchtigen freibeutern die von sidon itano auch bekannt als der kammer sind kann man kann es in rote der rote korsam angeführt wird die truppe hat ihr ziel in einer anlage der ersten ordnung auf karok ausgemacht der kammer sind nur rote korsam unsere der mannschaft nähern sich nun vorsichtig dem lebensfeindlichen planeten kam es das ist so geil wenn man die namen einfach nicht lesen kann ich glaube das heißt glaube ich ganz anders dieses rot von dem korsa der rote korsa wer kennt ihn nicht damals von opel noch gebaut wer bist du denn halt oder was hat er das wirklich gesagt keine uhr noch körperste kello renzo adiante no dort ab das ist dein schiff alter das ist das denn so was können denn die alle hier eigentlich Ah, guck mal, er kann Bomben werfen. Du solltest ihn ja nicht nach oben werfen, aber... Okay. Bringt das gar nicht. Achso, das Gold. Okay. Was kannst du? Alter, okay, alles klar. Du bist mein Mann. Aber er kann aber nicht laufen, ne? Nee. Okay, dann bist du vielleicht doch nicht mein Mann. Achso, vielleicht kann ich ja damit auf das Golde schießen. Jawohl. Alter, geil. Mega Brain. Ha, ha, ha. Äh. So. Siehste, geil. Haben wir das doch schon gelöst, ey. Nice. Dann müsst ihr doch mein Mann. Äh. Hat er da kaputt geschossen? Niemand weiß es. Niemand hat gesehen, oder? Scheiße. Okay, das ist für die Macht. Das ist auch für die Macht. Ja, ja, okay. Jetzt kommt der Tipp dazu. Nice. Nice, 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 nice. Aber den wissen wir schon. Haben wir schon gesehen. Okay, da brauche ich wieder die Macht. Äh, komm mal her mit deiner Gatling Gun. Kann ich hier einfach so ballern, oder? wird. Findest du nicht im Plan eigentlich. Oh ja. Okay, aber der nicht, weil... Ist nicht... Nichts, ey. Was denn hier? Okay, ich brauche jemand anders hier, der ein bisschen... ...ein bisschen geiler agieren kann. Und zwar dich, weil du kannst wenigstens noch schießen. Okay. Ich muss wissen, was ich davon abgeknallt habe. Okay. Das kann ich nicht abschießen, oder was kann ich hier machen? Ähm... Wenn du einen Charakter steuerst, dann die Greifhaken... Achso. Gut zu wissen, dass er einen Greifhaken hat. Da muss ich erstmal eigentlich gesehen. Okay. Können wir jetzt zwei Dinge bauen? Ja, bauen wir... Ja, was soll man machen, ne? Bauen wir erstmal hin. Linke. Ach, ein Bohrer? Aha. Nice. Das hast du gut gemacht. Das hast du sehr gut gebohrt. Das heißt, wir haben schon mal die richtige Seite. Die wählt am Anfang. Das freut mich doch umso mehr. Äh, hü. Ähm... Wer kann da ran? Oh, er kann da ran. Geil. Weil er einfach crazy ist. Das muss der Schildgenerator sein. Warte, hier kann ich ja, da. Da kommt eine Gatlinge an. Da am Start. Pew, pew, pew. So, du kannst das mal kaputt hier und dann kommst du dran hier. Geil. Okay. Warte mal, ich bin bald erstmal halt kaputt hier. Ich weiß leider nicht mehr, was das war, ne? Was ich da hinten kaputt geschossen hab. Hm, na gut. Egal. Komm. Wir müssen eh nochmal rennen hier. Mit welchem Präzisionswerkzeug möchtest du den Schildgenerator denn deaktivieren, Pro? Ich dachte an eine Bombe. So kunstvoll gefühlt wie das Teil eines Chiroden, nicht wahr? Ja, ähnlich. Auf jeden Fall. Es scheint mir fast, als habe der Generator mehr als nur diesen Fet versorgt. Diesen Gedanken hatte ich auch gerade, Boss. Hm. Dann ist die sanfte Methode nun wohl leider vom Tisch. Japp. Das macht nichts. Ich bochte die Schießmethode sowieso immer lieber. Okay, kann ich nochmal bauen hier? Nee. Doch. Nee. Macht überhaupt keinen Sinn, die nochmal da zu bauen, oder? Nee. Ich glaube, was? Uh. Hä? Kommt die Mütze von hier unten irgendwo? Ähm. Bäh. Warum ist jetzt hier so eine Plattform? Okay. Ähm. Ähm. Das verstehe ich nicht ganz. Wie komme ich hier eigentlich hoch? Hier ist alles voll aus Strom, Brudi. Wir sollten diesen Dampf Einheit gebieten. Mir ist nicht nach Dünsten. Ja, na, mir auch nicht. Hau. Oder konnte ich da noch was rechts bauen? Nicht, oder? Oh, muss ja. Ah, guck mal, ich hab's wirklich nie gesehen. Gerade, wo wir selbst... Naja, egal. Es ist fertig gebaut. Perfekt. Alter, der macht sich auch einfach One-Shot, Alter. Geil. Eine Kombination aus Chewbacca hier. Die komplette Team. Hä? Sie haben den Generator sabotiert. Halte Sie auf! Schleckt die mir eigentlich. Ähm. Okay. Hab ich nicht. Hab ich nicht bei. Hopschnitt. Einfach... Alter, nicht schlecht, ey. Oder was? Hm. Warte mal. Achso, der braucht den Macht für. Okay. Natürlich so voller Kandrit. Sofort gesehen. Was ist mit euch hier eigentlich? Amadeus Mozart. Oder was? Ja, kannst du dich kaputt schießen, aber okay. Äh, Sprengstoff kommt sofort. Hier, Sprengstoff. Boom. Das gerade, ich bin nicht auf die Flogen. Hallo. Guck mal, da ist Harkenman. Harkenman ist der beste Mann, Alter. Ah, ja. Okay, okay, okay. Alles klar. Kann ich da ausfassen? Ne. Ich fand mich trotzdem, warum ich da in dieses, äh, in dieses, äh, in dieses eine Gebiet konnte. Oh, hallo. Was tun hier? Weil, äh, äh, weil da war ja gar nichts. Das ist halt gemein. Total verwirrend. Versteh ich nicht. Oh, geil. Oh, nice, Alter. Oh. Können die eigentlich alle überlaufen, oder? Ich dachte, da können die bloß gelenkige Dudes. Boys and Girls. Hey, Inhalter, der hat sich echt schon die ganze Zeit nicht sträubt, ne? Was? Oh. Verdammt. Den bestimmt abknallen müssen, ne? Wurde mich jetzt nicht wundern. Ich kann zwei Dinger bauen. Okay, dann warte mal, dann bauen wir erstmal das. Und das macht überhaupt kein... Doch. Äh. Alter, den roten Stein einfach mal. Safe. Äh, ist ja mega gut. Alter, wie geil. Einfach so, zack. Grün, rot. Achso. Danke, Mann. Jo, gerne. Geil. Ähm, ich brauch dich. Ne, ich brauch dich gar nicht. Ich brauch... Genau, komm mal her. Komm mal rübergehüpft. Ich brauch die Power, Alter. Die Power. Äh. Bestseiler. Nehmen wir mich ein bisschen an, äh... Wetter für drei Metro, Alter. Einfach in den Gang gelegt und alles weggeballert, was geht. So, kleiner Mann. So, kleiner Mann. Wir brauchen dich. Ich sehe es. Oh, hier. Dark Souls. Äh, Demon's Souls. 2 von 3. 2 von 3. Aha. Dann war es das, also, was ich abknallen musste. Okay. Gut zu wissen. Wir können einfach aus alles, äh... Nein. Wie schlecht. Gott, wenn ich direkt da rauf springe. Ja, okay. Ja, ist okay. Okay, okay, okay. Alles gecheckt. Wir machen es so. Ach so, deshalb. Yeah. Spinner, Alter. Ich muss noch gucken, wie die... Ich bin auch ein Dings, was... Also, nur wenn ich einen lila Stein, ja. Okay. Weil ich beschwimme natürlich die Geschwärten, ne? Münzen brauchen wir sowieso. Wir wissen ja, ob es ein Trophäe gibt für... Finde, keine Ahnung, 100 Milliarden oder so Steine. Kann ich mir gut vorstellen. Eigentlich gab es die ja in jedem Teil. Aber wo ist hier... Ach, guck mal, geht es unerlang. Ja, nice, cool, gut. 12 Soldaten muss ich noch killen. Okay. Halt, ich bin so gut, ne? Okay. Dann... Müsst ihr trotzdem weiterschauen, ne? Okay, aber die macht wieder mal. Und macht das unersättlichen hier. Jo, alter, boxt ihr mir ja nicht. Ich bin spinne, ey. So, aber nicht. Ja, einfach hier im Nahkampf, weil er... Ich bin der Rote Baron. Hey. Ja. Sein Ernst, ja? Okay. Ja, ich bin der Ernst, ja. Das ist ein Typ. Ja. Ja. hast du jetzt den granatenbombs da hier das ding da hinten sieht aus als weg die macht dafür bräuchte ist natürlich nicht so geil so war da oben komme ich jetzt erst einmal ich brauche dich auf jeden fall das glaube ich zumindest weil er hat er von das fern das auch gehabt ich brauche noch diesen kleinen salamander ja was denn kriegst du mich zu dem schild generator da rechts auf klar rieter durst du kein problem oder sagt ja irgendwas kaputten vorbeigeflogen die störst mutter gerne vierfach feldstechen wichtig im moment aufkommt zu werden ach so jaja jetzt waren schwachpunkt suchen wahnsinn hat sie wusste jetzt kommt man du bist jetzt so ein bomben typ welche bombe nehmen wir völlig schnuppe geht noch hallo wirst du so freiburg warte warte wieder warte warte ok ein bisschen was zum ish gar eintag gibt sowohl hallo Spinner, Alter. Gut, ich glaube, ich werde mich weiter hier sehen. Ich habe bestimmt schon ihn übersehen. Das scheint mir doch ein wenig... Sehr verbunden. Klar zu sein, dass ich da was verpasst habe. Okay, ich kenne mich mal. Ähm, ich brauche dich, dich Gatling Gun, Mann. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Boss. Ich wollte nie. Äh, jo, Granatenbomb. Ja, hat er gut geschmissen, auf jeden Fall. Hat er erreicht. Nummer 1, sagt er. Okay, war nicht weiter drin. Schade eigentlich. Äh, wieder Bombenmann hier. Ne, Bombenmann hat ja keine Power. Bombenmann hat nur... Bomben. Okay, aber der andere ist bloß schnell aufreißen. Und... So kannst du halt noch Münzen rausziehen, wenn du halt die Mitte triffst. Gut, ja. Hm. Oh, schau. Komm, DIN jetzt, ja. Okay, wir haben es. So, es ist mit dir. Wollen wir tatsächlich gehen? Ähm... Übersehen. Wie, okay, sie gehen einfach ab, Junge. Ähm... Okay. Nice. Verstehe ich es mal nicht, aber... Es ist auf alle Fälle nice. Sie gehen auf alle Fälle gut ab. Hm, hm, hm. Einen habe ich nur. Nein, ich war schnell überspringen. An die müsste ich ja... Haha. Zwei, okay. Wie hat mir hier fehlt? Vier, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Okay, davon nur sechs Stück. Was. Ich gehe jetzt nicht, ist es. Man kann das nicht. Ich gehe jetzt ja. Ich gehe jetzt kurz durch. Und dann kannst du es auch. Ich gehe jetzt nicht. Und dann kannst du es. Und dann kannst du es nicht, den kann das und das. Untertitelung des ZDF, 2020